Freunde, an der Stelle begrüße ich euch zu diesem Video. An der Stelle ein Hinweis, dieses Video war schon mal online, das ist jetzt schon einige Tage her. Einige von euch werden das Video gesehen haben. Ich finde, es ist ja relativ kritisch, was mit den Grünen wieder abgeht, aber dieses Video wurde gelöscht. Fragt mich nicht wieso, es war auf einmal gelöscht und dementsprechend, ich lasse mir hier nicht den Mund verbieten, ich versuche einen Reupload. Mal gucken, was jetzt diesmal damit passiert und dementsprechend, jetzt geht's los mit dem Video. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. So Leute und Moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten, es bleibt weiter entspannt. Wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, macht das gerne jetzt kostenfrei natürlich an dieser Stelle. Und wir gehen direkt rein in eine News, die ich sehr gut finde. Ausnahmsweise mal gibt es hier etwas, wie ich finde, interessant Positives zu berichten. Was daraus wird, ist natürlich wieder eine ganz andere Frage, weil diese Forderung gab es ja schon mehrfach und wurde auch umfangreich vor Gerichten verhandelt. Es geht nämlich mal wieder um die Deutsche Umwelthilfe. Und ich kenne die Argumentationsbasis Deutsche Umwelthilfe von manchen von euch, dass ihr sagt, ja, die Deutsche Umwelthilfe, die Arbeit, die sie machen, ist gut. Sie fordern ja nur oder sie klagen ja nur geltendes Recht ein. So zum Beispiel, wenn Dieselfahrverbote irgendwo bestimmt wurden, dass sie aber nicht eingehalten werden, dass sie dann hingehen und vor Gericht ziehen und das Ganze einklagen. Okay, können wir darüber diskutieren, ist generell schon mal so korrekt. Das Problem, was ich bei der Deutschen Umwelthilfe aber zum Beispiel sehe, dass sie auch Forderungen machen, die nichts mit Gesetzen zu tun haben, meines Erachtens nach, sondern einfach neue, dubiose Ideen sind, um einfach ihre Ideologie uns allen aufzuzwängen. Als Beispiel nenne ich da sehr, sehr gerne das Verbot von Böllern an Silvester. Das hat definitiv nichts mit einem geltenden Recht oder ähnlichem zu tun, sondern ist einfach irgendeine neue Idee. Und diese Liste von Ideen, die ist noch länger, die könnte man länger ausführen. Und so sieht es jetzt aktuell aus, dass verschiedene Unions-, also CDU- und auch FDP-Abgeordnete im Bundestag unter anderem, also Bundestagsabgeordnete sich für ein Verbot oder eine Entnahme dieser Klagemöglichkeit der Gemeinnützigkeit von der Deutschen Umwelthilfe ausgesprochen haben. Und das finde ich sehr gut, weil brauchen wir die Deutsche Umwelthilfe? Nein. Braucht die Deutsche Umwelthilfe uns? Ja. Das ist das Gleiche wie mit Gott und der Kirche. Gott braucht die Kirche nicht, aber die Kirche braucht Gott. Denkt mal drüber nach. Ist ganz interessant. Und das Gleiche ist bei der Deutschen Umwelthilfe. Weil, wo soll das hinführen? Nehmen wir an, nehmen wir mal dieses utopische Wunschziel der Deutschen Umwelthilfe vor. Wir haben in allen Städten in Deutschland ein komplettes Automobilverbot. Die sind nichts mehr los. Wir haben ein komplettes Böllerverbot und die ganzen anderen Forderungen, die sie alle machen, sind passé. Okay, dann wären sie quasi arbeitslos. Oder? Das kann ja nicht deren Ziel sein. Also spinnen wir diese Fantasie mal weiter. Sie würden immer weiter gehen und neue Forderungen sich überlegen müssen, um ihren ganzen Apparat von, was weiß ich, ich glaube 100 irgendwas Mitgliedern und so und so viel. Oder ein paar tausend Mitgliedern, ich weiß gar nicht mehr, super wenig auf jeden Fall. Und ein paar Mitarbeitern am Laufen zu halten und finanzieren zu können. Denn Herr Reich bezieht ja ein, ich glaube es war, sechsstelliges Jahresgehalt. Und genauso nebenbei gesagt, er fliegt halt relativ viel. Damit er natürlich seine Termine in Deutschland wahrnehmen kann. So viel zum Thema Wasser predigen, Wein saufen. Also ich weiß nicht, ich bezweifle leider, dass wir in unserer aktuellen Lage in Deutschland wirklich konstruktiv noch darüber sprechen, ob so etwas in Ordnung ist. Dass diese Deutsche Umwelthilfe, die sehr, sehr viele Abmahnungen versendet auch an kleinere Betriebe, kleinere Automobilverkäufer und sonst was. Weil zum Beispiel irgendwie der CO2-Ausstoß nicht richtig ausgekennzeichnet wurde oder vergessen wurde oder ähnliches. Da kriegt man direkt mal eine Abmahnung mit einer schönen Gebühr, die bezahlt wird und so weiter. So finanziert sich dieses Unternehmen unter anderem. Und das kann meines Erachtens nach nicht im Sinne der Bevölkerung sein. Da habe ich eine andere Einstellung zu. Schreibt eure Meinung, dann will ich jetzt gerne unten rein. Dann habe ich hier jetzt gerade noch eine Nachricht vom Dr. Z soweit reinbekommen. Danke und Grüße gehen raus an der Stelle. Da geht es nämlich hier bei Merkur.de weiterhin um die Deutsche Umwelthilfe. Und so wurden hier nämlich einmal von einem FDP-Bundestagsabgeordneten folgende Aussage getroffen. Zitat Das ganze Konstrukt der Deutschen Umwelthilfe ist unter dem Deckmantel des Umwelt- und Verbraucherschutzes zu einem Selbstzweck verkommen, um DUH-Chef Rech ein angenehmes Leben zu finanzieren. Haben wir gerade angesprochen. Er hat ja wirklich eine sehr gute Bezahlung, die man ja wirklich ansprechen kann und kritisch hinterfragen auch sollte, denke ich. Weil das Ganze ja keinen Mehrwert für uns bringt. Das bringt ja nichts. Das ist eine Bereicherung dieses Unternehmens. Und das ist ja kein Unternehmen offiziell, sondern E.V.Funk, also eingetragenen Vereins. Außerdem gibt es dann noch von dem Arnold Warz, heißt der Mann, Vize-Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag. Ein weiteres Zitat. Und das ist wirklich harter Tobak. Wer es jetzt für einen Ton hier angeschlagen wird, gefällt mir aber irgendwo. Also es wird mittlerweile von zumindest ein paar Stimmen jetzt, die jetzt groß und laut werden, hoffe ich, auch durch dieses Video, einfach das Vorgehen und die Arbeit in Anführungsstrichen der Deutschen Umwelthilfe infrage stellen. Das unterstütze ich. Dann kommt hier noch so eine kleine Nachricht in Anführungsstrichen rein. Mal gucken, ob sich die noch ein bisschen ausweiten wird. Es geht um eine Rückrufaktion und ich denke, mit meiner Reichweite sollte ich auf sowas Wichtiges auch immer wieder hinweisen. Es geht nämlich darum, dass VW und Porsche circa 200, 220.000 Fahrzeuge zurückrufen in die Werkstatt. Denn da gibt es ein Problem mit einem Airbag-Steuergerät, sodass der Airbag einfach so auslösen könnte im schlimmsten Falle. Oder noch schlimmer, eigentlich noch schlimmer, bei einem Unfall gar nicht auslösen könnte. Und betroffene Fahrzeuge, die das sind, also müsst ihr euch im Detail nochmal genau bei eurem Händler rückversichern, ob euer Wagen betroffen ist oder nicht. VW-Modelle von Tiguan, Charan und Passat CC. Bei Porsche-Modellen ist es teilweise der 911er, Boxster, Cayman und auch der Panamera, die betroffen sind. Also informiert euch da auf jeden Fall, ob ihr ein betroffenes Fahrzeug habt oder nicht. Es sind über knapp 51.200 Fahrzeuge in Deutschland, die betroffen sein können. Ich fand als nächstes eine Nachricht und ich versuche mich jetzt wirklich ruhig zu halten. Könnt ihr in den Kommentar schreiben, ob das funktioniert hat. Ich bin mal selber gespannt auf mich. Es geht nämlich darum, dass ein neuer Umfragewert für meine Lieblingspartei in Deutschland, die Grünen, jetzt rausgekommen ist. Und so schreibt nämlich die Welt hier 38 Prozent. Ich wiederhole, 38 Prozent neuer Rekordwert für die Grünen. Und das bezieht sich auf Baden-Württemberg. Leute, das ist eine Ansage. Das ist eine krasse Nummer. Die CDU würde bei dieser Umfrage bei 26 Prozent landen, also 12 Prozent weniger. Wirklich immens viel. Die SPD dümpelt mit 8 Prozent irgendwo rum. Erstmalig einstellig wäre das in Baden-Württemberg. AfD haben wir hier unten bei 12 Prozent liegen. Und die Linken nochmal abgefallen um ein weiteres Prozent auf 3 Prozent. Genau. Also irrelevant, was auch passend ist bei einem schönen Bundesland wie Baden-Württemberg. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich weiß ja, dass einige von euch daherkommen. Neben Bayern, eines meiner Lieblingsbundesländer. Und jetzt versucht man das Ganze wirklich rational zu betrachten und gar nicht hinzugehen und zu sagen, hm, das sind aber Grüne, meh, komplett direkt Anti, kompletter Unsinn, bla bla bla. Nein, wir überlegen mal, wen haben wir denn so in Baden-Württemberg, der relevant ist in der grünen Politik. Das ist natürlich der Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er ist noch irgendwo für meinen Geschmack einer der wenigen vernünftigen Grünen. Er ist nicht wie ein Anton Hofreiter von den Grünen, der einfach sinnfrei rumgrölt, meines Erachtens nach, und Forderungen, Äußerungen trifft, die nicht okay sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wieder sagen, Winfried Kretschmann hat sich meines Erachtens in meinem Kanal auch nicht mit rumbekleckert, mit Äußerungen wie, dass eine, ähm, was, Mercedes S Long-Version oder ein BMW 7er in der Long-Version einfach zu klein ist und doch nicht so attraktiv ist als Fahrzeug. Da kann man schon, also ich weiß nicht, ob man da noch schmunzeln kann oder ob das einfach so, Hashtag abgehoben ist, solche Äußerungen. Äußerungen, ja, oder halt in den Schwarzwartfliegen mit einem Helikopter. Weiß ich nicht, ob das für einen Grünen so angemessen ist. So hat er sich auf jeden Fall verhalten. Ähm, genauso haben wir einen Boris Palmer zum Beispiel in Baden-Württemberg, ähm, in Tübingen, genau. Genau, und bei ihm, da bin ich auch immer sehr zwiespältig. Manchmal denke ich, ja, das ist ganz sinnfrei, äh, sinnfrei, das ist ganz sinnvoll. Bei den Grünen komme ich direkt automatisch auf das Wort sinnfrei. Ist aber sinnvoll, dass er gesagt hat, irgendwie zum Beispiel, er wird nicht die komplette Stadt umgraben, umgraben lassen für, ähm, irgendwelche Elektrotankstellen, also für E-Fahrzeuge und sowas. Da denke ich mir, ja, warum sollte man das auch machen? Muss man wirtschaftlich betrachten, muss man genau darüber diskutieren, ob das Sinn macht oder auch nicht. Und das hat er da getan. Andererseits kommen Forderungen von ihm, die ich dann absolut verurteile und krass finde. So zum Beispiel, ja, wir müssen hier eine Enteignung machen von Grundstücken, die brach liegen, die einfach nicht genutzt werden, sodass wir nämlich da selber was bauen können von der Stadt aus. Das sind dann halt so unangenehme Sachen. Aber unterm Strich, muss ich zugeben, ist die Landesregierung in Baden-Württemberg von den Grünen her irgendwo noch die attraktivste, die wir in Deutschland haben, finde ich. Und das spiegelt sich auch bei der Welt hier ganz interessant in den Kommentaren wieder. Ähm, wo haben wir das Ganze? Genau. Zitat von Anna R. Man kann nur leider, oder auch Gott sei Dank, die Grünen in Baden-Württemberg nicht mit den Grünen im Bund vergleichen. Wohne selbst in Stuttgart. Ich würde die Grünen hier teilweise sogar als realos bezeichnen. Kretschmann und Palma zum Beispiel, die ich auch angesprochen hatte. Die zum Beispiel in Punkte Wirtschaft, Geflüchtete etc. durchaus eher konservative Ansichten vertreten. In so einer Autoindustrie geprägten Region würde ein Hofreiter, Habeck etc. nicht solche Wahlerfolge feiern. Und das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich nämlich auch. Nichtsdestotrotz, 38% sind halt bei dem, was Schwarz-Grün in Baden-Württemberg gemacht hat, besonders auch in Stuttgart mit den krassen Fahrverboten drum und dran, halt schon erschreckend, wie ich finde. Aber schreibt eure Meinung jetzt gerne unten in die Kommentare rein. Dementsprechend, meine Freunde, ich danke euch recht herzlich auf jeden Fall fürs Zuschauen des Videos bis zu dieser Stelle. Signalisiert mir gerne mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht getan habt, teilt das Video auch immer ganz gerne. Und danke auf jeden Fall nochmal an die ganzen Supporter und Unterstützer generell fürs Zuschauen der Videos, für das Abonnieren und natürlich auch monetär. Sprich, wenn mir jemand per PayPal etwas gespendet hat, der Link dazu, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Ich bin da über jeden einzelnen Euro sehr glücklich. Könnt ihr das gerne freiwillig natürlich an dieser Stelle machen. Es bleibt weiter entspannt, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.